Hallo, ich komme von Grigoris Sicherheitssysteme. Wussten Sie, dass in diesem Land alle 10 Sekunden eingebrochen wird? Das ist eine beängstigende Statistik. Es geht doch darum, dass Sie Ihr Leben in Frieden leben wollen. Ohne diesen ganzen Terror. Ihr Mann wäre sicher meiner Meinung. Wenn er jetzt hier sein könnte. Oh, tut mir leid. Nein, er ist nicht tot. Er kann nur nicht hier sein. Oh. Natürlich könnte jemand rein hypothetisch einbrechen, wenn er die Verkablung kennen würde. Einbrechen. Du tust also das, was du bei deinen Kunden verhindern willst und was ich vermeiden lese, wenn... Davon profitieren doch beide Seiten. Ich glaube, es gibt noch viel zu lernen, Sir. Angst muss man nicht verkaufen. Die verkauft sich von selbst. Wissen Sie, das ist der Punkt. Ich fühle mich hier häufig so ausgeliefert. Das ist das Feinste, was auf dem Markt zu kriegen ist. Ich bin mir sicher, dass Ihr Mann mir da recht geben würde. Tommy, hast du mit der Braut eine Affäre? Der ist echt gut. Hab ich doch gesagt. Hast du mich vermisst? Was machst du denn da? Tommi ist ein guter Junge. Tommi ist wundervoll. Hauert! Hallöchen. Ich wollte mir nur was zum Knabbern holen. Einbrüche erhöhen also die Verkaufszahlen. Nein, nicht Einbrüche. Vorfälle. Hey! Weg hier, Tommi, weg! Das ist schon merkwürdig. Ich möchte nur die Spitze reinstecken. Nur ein, nur ein ganz kleines Biss. Das hier ist die Realität. Tommi, was zum Teufel soll? Und jetzt zieht sie Leine. Fing sie an zu wimmern. Fein. Nein. Nein. Fein, 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 fein. David Arquette. Gott, hier läuft alles aus dem Bruder. Stanley Tucci. Rein hypothetisch. Mary McCormick. Und Kate Capshaw. Wie der Sticke. Der jüngste Tor. Oh, scheiße! Hier können Sie nichts verkaufen, bis zur Sicherheit. Alarmprofis. Ich hab mal eine Schneeflocke gespielt. Das glaub ich dir gern. Ich hab mal eine Schneeflocke gespielt.